Der Feind sprengt über dem Gebiet ab! Auf den Himmel! Das ist perfekt das selbe mit Martin. Bei Bayern hätte ich keinen Job direkt, aber kurz davor, das können wir trotzdem nehmen. Dann musst du dich wieder durchs Treppenhaus und geh dann einfach und dann Etage für Etage. Hi. Also da Security jetzt oder was? Nein! Ja! Und schon! Diolets! Ab in die Sicherheitszone! Flo und Kai gehen dann, wenn der Stub safe ist, ist die Treppen draußen und dann müssen sich die Treppen drinnen. Feuerleicher! Genau! Schalte sie aus! Das sieht gut aus! Mach es sicher! Nächste Etage! Jo! Und runter! Polizei! Polizei! Wer ist hier? Wenn wir hier alles abgecast haben, jo! Nächste Etage! Guter Karabiner! Schrott! Hier sieht auch gut aus! Schön alles mitnehmen! Feindliche Drohne ist aktiv! Naja! Feindliche Drohne juckt mich gar nicht! Feindliche Drohne! Über uns! So! Und ein weiter runter wieder! Ist schon wieder alles leer? Ja! So! Einmal Keller! Einmal Keller noch! Und dann zum Schock! Oh! Oh! Feindliche Drohne ist aktiv! Oh! Oh! Schock! Er hat aber noch genug! Ich bin da hinten die Kiste geholt! Ja! Ich komme! Sorry! Auch noch zwei Kisten! Okay! Ich brauche immer noch Geld! Ich kann dir 1,8 geben! Ich habe mir Gasmaske schon geholt! Kai hat ja genug Geld gehabt eben! Alles hingelegt! Holt jetzt einer? Ja! Dennis holt! Ja! Stoppack! Ausrüstungslieferung ist unterwegs! Das Gas ist auf der Kersen! Achtung! Hier ist einer drin! Hier ist einer drin! Hier ist einer drin! Kann man mich wieder aufheben? Keine Sorge! Das wird schon! Ich habe nur geguckt, ob da noch einer ist! Gut! Ist da eine coole Waffe? Jo! Dann ist doch! Muss zurück in den Kampf! Hatten wir jetzt eine Plattenkiste und eine Munitionskiste noch irgendwie? Wie gekostet das? Das weiß ich nicht! Schrauber in der Nähe! Und die Waffe 4,5! Was brauchen wir mehr? Platte oder Munition? Ja! Also... Pfff! Ich habe nicht geblattet! Lass mal voll! Hier wäre noch einer! So ein scharf arm! Ich klingel! War dann einer zufällig ein C4! No! Leider nicht! Ich habe mal nach! Ich habe mal nach! Ich habe mal nachgeschossen geklazifiert! Der Brunner! Ja, ich weiß hier, was geht jetzt! Da hat irgendeiner geschossen! Wo war das? Oh! Da ist eine Auslösung, die ist gerade gelandet! Ne! Ist das unsere? Irgendeiner! Siehst! Dann ist das immer unsere! Okay! Ab zur neuen Sicherheitszone! Gas nähert sich! das sind die besten 25 fast an der spitze ich mach gleich wartet mal wartet man nicht so schnell ich mach den rücken hier wir sind hier komplett ja ok links jetzt die meter ok schnell kann sein dass wir weg sind kein problem bekommen die gebietsaufklärung online der feind sprengt über dem gebiet ab auf den himmel achten ok was machen wir jetzt 18 meter 4 leute aktivität hier war noch keiner drin achtung ich höre wenn die tür aufgeht schmeiße ich direkt granate rein er wollte direkt hoch also kann sein dass hier oben kann auch sein ich hab den aber gefinisht ja ja der ist ich hab noch keine munition ach tschuss feindlicher soldat in der nähe da ist er da ist er da ist er nein ja hat der munition jetzt schluss habe ich wenigstens ein bisschen schuss ein feindliches team ist hier auf der spur sei vorsichtig hier rot verbündeter cluster schlag ist unterwegs und wir die tür wieder zu wachen feindliche drohne ist aktiv da sind noch welche feindlicher soldat in der nähe ab zur neuen sicherheitszone gas nähert sich wir sind in der zone da kommt einer rein vorratstationen wurden angepasst ah ja doch ist der futsch naja ich hab den kaputt jetzt wäre ich irgendwo nicht zu was geste lang sind mhm hä wo hab ich denn jetzt meine ganze munition feindliche drohne ist aktiv einer deckt hier unten im tunnel ist noch eine kiste für immer glück ich komme aber ich höre schon wieder was 30 meter der kundverkauf ist beendet leider treffen wir wieder normal da ist noch eine kiste ja ich bin glücklich dann lass wieder zurück bevor die davor im tunnel ich hab mir einfach die waffe genommen ich geh wieder hier hinten in die ecke das gas nähert sich dir 10 meter ganz in der nähe ich höre ein bedrohung rot du hast die feindlichen verfolger abgehängt klug entwischt ich höre weiterhin jemand ich hab die treppe auf jeden fall im blick von hier und das super viel auf man da darf ja ich höre auch das ist ich höre auch wo kam das hin Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Dach wird geschossen. Da verstecken sich schon wieder welche. Da kommt jemand. Oder? Ich höre. Links von uns. Hey, er hat mich jetzt geschossen. Hol ihn. Hier ist noch einer. Ab ihn. Zauber. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Das kann doch nicht sein, dass ich die Munition hier nicht finde. Gasmasker ist hier wieder. Da ist wieder einer. Hä? Warum? Der hat nichts mehr, der ist cracked da um die Ecke. Der ist ja drinnen. Ich habe keine Munition. Da ist noch einer. Da ist einer. Cracked. Der ist hier wieder raus. Achtung über uns dann. Wir werden warten. Wir werden warten. Feindlicher Präzisionsluftschlag. Aufpassen. Feindlicher Clusterschlag. Passt auf eure Köpfe auf. Nur noch 10 übrig. Brauchst du mal feilen. Ich habe halt keine Munition. Stattung über uns. Einer. Das Gas weistet sich aus. Wir gehen richtig zur Sache. Ich habe halt die Luft gebraucht. Ich hab gehofft, ich kriege die Munition. Das sind alle 4 in der Limmren. Was wir wollen machen? Wir wollen nicht auf einen Hauchen. Wir sind in eine Richtung. Ich geh zuerst. Ich hab gar keine Munition. Ja mach mal. Wir müssen alle 4 in der Limmren. Ich hab gar keine Munition. ja ich habe es unter den Westen werden wir das letzte alles gut alles gut wir haben sich hier war wie in den letzten Jahrhundert das einzig schwere an der Runde war keine Munition aber in der Krieg und so alles aus Hehehe Kann ich mal wieder schiefen lassen?